Vor 80 Jahren, am 19. November 1942, begann das von der Roten Armee mit mehrfacher Überlegenheit geführte Unternehmen Uranus mit dem Ziel der Einkesselung und Vernichtung der deutschen 6. Armee und verbündeter Truppen in und bei Stalingrad. Vier Tage später, am 23. wurde dann bei der grün gezeigten Bahnstation Sowjetski bei Kalatsch der Kessel geschlossen. Es gibt keinen bekannteren Schlachtenort wie Stalingrad und kaum eine Kriegshandlung des Zweiten Weltkrieges, die derart intensiv erforscht worden ist, aber zugleich auch gegensätzlich bewertet wird. Bewertet man allerdings nun die Abhandlungen der vergangenen Jahrzehnte, fällt auf, dass häufig viele der von den damals verantwortlichen deutschen militärischen Führern nach dem Krieg verfassten Büchern und Berichten, sofern die Generale die sowjetischen Schauprozesse überlebt hatten und nach Deutschland entlassen worden waren, immer mehr in den Hintergrund getreten bzw. als Weißwaschung der eigenen Person abgetan worden sind. Und besonders bei Zeitungsredakteuren fällt beim Thema Stalingrad-Schlacht nicht selten ein einseitig subjektiver, dabei oberflächlicher Berichterstatterstil auf, zudem dann zum Beispiel auch der unzutreffende Vergleich der Kapitulation der Afrika-Truppen mit der der 6. Armee gehört. Diese mindestens seit den 80er Jahren festzustellende Tendenz in Deutschland, politische oder militärische Begebenheiten oder Persönlichkeiten mehr oder weniger besserwisserisch und moralisierend zu betrachten, macht es nicht leicht, bei Ereignissen des 20. Jahrhunderts nur die Fakten sprechen zu lassen. Das gilt bedingt auch durch die doch immer noch relative zeitliche Nähe des Geschehens auch für die im Februar 1943 stattgefundene Vernichtung der 6. Deutschen Armee und der Generaloberst seit dem 30. Januar 1943 Generalfeldmarschall Friedrich Paulus in Stalingrad. Denn um die damalige Situation zu begreifen, wenn auch heute dies nur noch in einem geringen Umfang möglich ist, muss man versuchen, sich von all den postkatastrophalen Weisheiten der selbsternannten Generalstabsspezialisten oder Friedensforschern mit Professoren oder Redakteurstiteln abzunabeln, deren Erzeugnisse häufig lediglich Wiedergaben der Weisheiten früherer Autoren sind. So liest man immer wieder die in den Raum geworfene Forderung, die 6. Armee hätte ausbrechen müssen, koste es, was es will. Mit dieser alternativlosen Forderung aber begeht man nur einmal mehr das Grundübel der heutigen Geschichtsbetrachtung, nämlich erstens die Resultate der Zeit danach zu kennen und zweitens diese in die Überlegungen mit einzubeziehen. Und um die eigene Unfehlbarkeit ihrer Thesen zu untermauern, werden dann noch schnell Attribute wie verantwortungslos, feige oder obrigkeitsgläubig hingeworfen, womit man aber zum Beispiel weder der Persönlichkeit des Oberbefehlshabbers der 6. Armee, Friedrich Paulus, links, noch des Generalstabschefs der Armee, Generalmajor Arthur Schmidt, Bildmitte, gerecht wird. Hier bei ihrer Gefangenennahme. Die beide mit dem Untergang ihrer Armee identifiziert werden. Es waren mitnichten schwache Persönlichkeiten, die zu blindem Gehorsam neigten, sondern die, betrachtet man ihre militärischen Beurteilungen und Leistungen, als überdurchschnittlich bezeichnet werden können. Andererseits kann man beiden vorhalten, dass gerade ihre operative Überdurchschnittlichkeit viel früher zu mehr selbstständigen Entscheidungen hätte führen müssen. So war ja mit ein Hauptgrund der Katastrophe das Unterlassen des rechtzeitigen Zurücknehmens der vorgeprellten 6. Armee noch vor Beginn des zu erwartenden feindlichen Großangriffs. Denn hiermit hätte man sich dem drohenden feindlichen Angriff entziehen, die Front erheblich verkürzen und damit Reserven schaffen können. Und die immer wieder ins Spiel gebrachte notwendige Sperrung der Volga als Verkehrsader wäre bis zum Frühjahr durch den jährlichen Eisgang und des Zufrierens des Flusses erfolgt. Will man nun die Zeit der Schlachtenanalyse abkürzen bzw. auf einen sehr kurzen Nenner bringen, muss man nur in die deutschen Ausbildungsvorgaben der Generalstabsoffiziere seit dem General von Schliefen sehen. Darin und nicht nur in der preußischen Armee spielte ja die Umfassungsschlacht von Cannae eine große Rolle, in der am 2. August 216 v. Chr. das katharische Heer unter Hannibal, die mit 16 Legionen zahlenmäßig überlegenen Römer, vernichtet hatte. Bei der Generalstabsausbildung galt diese antike Kesselschlacht für viele Ausbilder sogar fast als ein Dogma. Und tatsächlich waren ja viele siegreiche Schlachten gegen die Rote Armee seit dem Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges ab dem 22. Juni 1941 dem Unternehmen Barbarossa gewaltige Kesselschlachten gewesen, wie die bei Smolensk, in der die sowjetische Armee Zehntausende von Gefallene und Hunderttausende von Kriegsgefangenen verloren hatte. Auch Stalingrad sollte für die Rote Armee zu einem Cannae gewaltigen Ausmaßes werden. Aber bei den Betrachtungen zur Stalingrad-Schlacht bleibt nicht selten das Wichtigste unerwähnt, dass nämlich die deutsche Wehrmacht kein Alleinvertretungsrecht auf Kesselschlachten hatte, sondern dass auch andere Armeen, in diesem Fall die sowjetische, durchaus in der Lage waren, eine solche zu planen, durchzuführen und auch zu gewinnen. Diese Erfahrungen, dass auch der Gegner seinen Klausewitz studiert hatte, hat bisher jede Armee der Welt machen müssen, egal zu welcher Zeit und auf welchem Kriegsschauplatz. Und das mussten auch die zum Teil abschätzig von ihren Gegnern sprechenden deutschen Generale erfahren, ob im Zuge der Alliierten Invasion 1944 bei der Anfang August südlich von Caen verlorenen Kesselschlacht bei Falaise, bis zum April 1945, also im Osten im Kessel von Halbe, oder dem Ruhrkessel im Westen zehntausende von deutschen Soldaten und Zivilisten gefallen und hunderttausende in Gefangenschaft geraten waren. Wenn ich mich jetzt dem Thema direkt zuwende, gehe ich davon aus, dass der Ablauf der Stalingrad-Schlacht, die ja vom 23. August 1942 bis zum 2. Februar 1943 gedauert hat, dem militärhistorischen Interessierten in ihren groben Zügen sowohl von deutscher als auch sowjetischer Seite bekannt ist. Daher will ich mich lediglich auf die Frage beschränken, ob die 6. Armee ab dem 23. November 1942, dem Tag des Schließens des Kessels, überhaupt zu retten gewesen wäre. Und ich möchte einige Gedanken äußern zu der immer noch im Raum stehenden Schuldfrage, auch des nach dem Krieg vom hergeäußerten angeblichen Versagens der Luftwaffe bei ihrer Versorgung der Armee und schließlich, ob das Aushalten der 6. Armee bis zum 3. Februar 1943 für die übrige Ostfront Bedeutung gehabt hat. Wie war nun die Ausgangslage? In wochenlangen und verlustreichen Kämpfen war bis Ende Oktober fast die ganze Stadt in deutsche Hand gekommen. Allerdings hatten auch immer wieder in der Steppe zwischen Volga und Dorn gefährliche sowjetische Entlastungsangriffe abgewehrt werden müssen. In Stalingrad selbst hatte die Rote Armee nur noch einen schmalen Abschnitt von 4 bis 5 Kilometer Breite besetzt, mit der Volga im Rücken, diesen Abschnitt aber mit fanatischer Tapferkeit gegen alle deutschen Angriffe gehalten. Zum gescheiterten Versuch, diesen sowjetischen Abschnitt in der letzten deutschen Offensive der Stalingrad Schlacht zu nehmen, in dem hauptsächlich von Pionierbataillonen vom 9. bis zum 12. November 1942 durchgeführten Unternehmen Hubertus, bin ich bereits in diesem Video eingegangen. Unbeschadet davon hatte die 6. Armee ihr Angriffsziel bis auf den vermeintlich unbedeutenden Rest in der völlig zerstörten Stadt erreicht, hatte die Volga-Schifffahrt und die Landenge zwischen Volga und Dorn gesperrt und stand im großen Dornbogen in ausgebauten Stellungen. Aber trotz des erreichten Zieles war die Lage der Armee keinesfalls beruhigend, denn sie war ja im spitzen Keil an die Volga vorgeschoben worden, wobei die Rote Armee quasi in aller Ruhe sich an den beiden Schenkeln des deutschen Angriffskeils zum Angriff mit überlegenen und winterharten Kräften bereitstellen konnte. Zu allem Überfluss waren die empfindlichsten Stellen der weit zurückreichenden Flanken rechts und links anschließend von rumänischen und italienischen Großverbänden gedeckt worden. Besonders der linke Flügel war bereits während des Kampfes um Stalingrad ein Sorgenkind der Armeeführung gewesen. Und da die Luft- und Gefechtsfeldaufklärung vor dem linken Nachbarn feindliche Truppenansammlungen angezeigt und seine Angriffsabsichten aus dem großen Dornbogen ankündigte, hatte die 6. Armee aus eigener Initiative einige Panzer- und Panzerabwehrkräfte sowie ein Flak-Regiment hinter ihren linken Flügel verlegt. Diese drohende Gefahr eines sowjetischen Großangriffs ist von Seiten der Armee mehrfach gemeldet worden. Allerdings hatte sich die notwendige Verstärkung des linken Nachbarn, der 3. rumänischen Armee aus verschiedenen Gründen immer wieder aufs Neue verzögert. Ein weiterer, dauernder Grund war die Versorgungslage der Armee mit Munition, Betriebsstoff und teilweise bereits mit Lebensmitteln. Diese Knappheit hatte zum Beispiel auch dazu geführt, dass bereits vor dem sowjetischen Großangriff am 19. November Gegenangriffe des 14. Deutschen Panzerkorps unter Generalleutnant Hans Valentin Hube wegen Treibstoffmangels nicht hatte durchgeführt werden können. Wieder einmal hatten sich in diesem Feldzug die unglaublichen Entfernungen bemerkbar gemacht, wobei der gesamte Nachschub auf zwei eingleisigen, wenig leistungsfähigen Bahnstrecken herangebracht werden musste, von der die nördlichste und auch die wichtigere Bahnstrecke etwa 60 Kilometer vor Stalingrad wegen Schienen und Brückenzerstörungen geendet hatte. Die Geländebeurteilung ergab folgendes Bild. Die Stadt Stalingrad war lang und schmal und breitete sich fast 50 Kilometer entlang des Westufers der Wolga aus. Dabei waren die Stadtränder selten breiter als 4000 Meter, manchmal auch nur eineinhalb Kilometer breit. Und sieht man auf die Gefechtskarten beider beteiligten Armeen, sind dort immer nur drei Geländemerkmale von Bedeutung vermerkt. Das Flussufer, das stellenweise gerade einmal hoch genug war, um gelandeten Truppen einen gewissen Schutz zu bieten. Der Fluss Zaritza, Zufluss zur Wolga, der die Stadt quasi halbierte. Und der Mamaya-Fügel, ein alter, etwas mehr als 100 Meter hoher Begräbnisberg der Tataren. Hier ein Blick zur Stadt und der Entgegengesetze zur Wolga. Dieses Bild zeigt Soldaten des deutschen Infanterieregiments 295 bei einem Versuch, diesen Hügel zu nehmen. Das Gelände im Bereich der 6. Armee bot mit Ausnahme der Stellungen im großen Donnburgen und an der Wolga keine natürlichen Hindernisse. Es war eine flache, leicht gewählte Steppe. Baumbewuchs war außerdem am Donnufer so gut wie nicht zu finden. Die wenigen kleinen Ortschaften und einzelstehenden Holzhäuser waren als Unterkunfts- oder Widerstandsnester mehr als dürftig. Und auch das Straßennetz, wenn man davon überhaupt sprechen konnte, war kläglich. Zur Verfügung standen eigentlich nur die durch die Truppenbewegungen entstandenen sogenannten Rollbahnen, die allerdings nur bei trockenem Wetter oder Frost hart waren und damit befahren werden konnten und sich bei Tauwetter oder Regen sofort in Schlammwüsten verwandelten. Man sah also auf ein Gelände, welches nur zwischen Don und Wolga einige alte Hügelgräbe aufwies und die alte Befestigung aus früheren Jahrhunderten, den sogenannten Tartarengraben. In diesem Gelände und in dieser Lage hatten am 19. November 1942 um 4 Uhr morgens mit dem Unternehmen Uranus 800 sowjetische Geschütze ein vierstündiges Trommelfeuer im Gefechtsraum der rumänischen Dritten Armee bei Kletzkaya eröffnet, dem um 8 Uhr morgens die ersten Wellen von Panzern und Infanterie gefolgt waren. Das sowjetisch-rumänische Kräfteverhältnis betrug 9 zu 1. Die personell nicht vollständig aufgestellten rumänischen 9., 13. und 14. Infanteriedivisionen, fast völlig ohne Panzerabwehrwaffen, waren in kürzester Zeit zerschlagen worden. Nur wenige Verbände der 6. Infanterie- und 1. Kavaleriedivisionen hatten einige Stunden ausgehalten, bis auch sie vernichtet worden waren. Ein Entlastungsangriff des deutschen 48. Panzerkors unter Generalleutnant Ferdinand Heim mit zwei Divisionen der deutschen 22. Panzerdivision und der rumänischen 1. Panzerdivision gegen rund 500 russische T-34 und KW-1-Panzer hatte zur Zerschlagung beider Großverbände geführt. Allerdings verfügte die 22. Deutsche Panzerdivision unter Generalleutnant Eberhard Roth lediglich über ca. 30 leichte Panzer des tschechischen Typs Praga TNH oder Panzerkampfwagen 38 mit der Hauptbewaffnung einer 3,7 cm Kanone. Während man der ersten rumänischen Panzervision, die in Wirklichkeit eine reinrassige Infanteriedivision war, 40 leichte tschechische Panzer 35 und französische Beutepanzer zugeteilt, wie hier den Renault R35 und dann den großartigen Namen Panzerdivision gegeben hatte. Die in diesem Raum als Heeresgruppenreserve liegende, voll aufgefrischte 29. Infanteriedivision Mott unter dem Generalmajor Hans-Georg Leiser, einer Division der 4. Panzerarmee unter Generaloberst Roth, war aus einer Geländeübung heraus mitten in den russischen Panzerangriff gestoßen und hatte ihn stoppen können. Aber einen Tag später hatte Leisers Division von der Heeresgruppe B den Befehl bekommen, alle Eingriffe einzustellen, bei gleichzeitiger Unterstellung der Division unter die 6. Armee. Allerdings war diese Veränderung dem Befehlshaber der 6. Armee, Generaloberst Paulus, links, erst einen Tag später gemeldet worden. So blieb die noch völlig kampfstarke 29. Infanteriedivision Mott zunächst zur Sicherung gegen einen direkt auf Stalingrad zielenden sowjetischen Vorstoß stehen, während der sich jetzt aber auch im Süden ungestört nach Westen ausdehnen konnte. Die sowjetische Armee hatte bei ihrer Offensive ab dem 19. November sehr schnell Boden und Tiefe gewonnen, ohne durch den eben erwähnten Gegenangriff wesentlich aufgehalten worden zu sein. Auch der Einsatz der Luftwaffe war durch den dichten Nebel fast unmöglich bzw. stark eingeschränkt worden, was auch für die Gefechtsluftaufklärung galt. Einen Tag später, am 20. November, hatte die Rote Armee auch den rechten Nachbarn der 6. Armee angegriffen, die schlecht ausgerüstete 4. rumänische Armee. Und obwohl einige deren Verbände tapferen Widerstand geleistet hatten, konnten sich beide sowjetische Angriffsspitzen tief im Rücken der 6. Armee vereinigen. Damit war die 6. Armee beiderseits umfasst und eingeschlossen, ohne selbst angegriffen worden zu sein. Allerdings hatte ihre rückwärtige Front noch offen gelegen. Am 21. November hatte Generalleutnant Friedrich Paulus, der am 30. des Monats zum Generalobersten befördert werden sollte, im Armeegefechtsstand Golubinskaya, 15 Kilometer nördlich von Kalatsch, die kommandierenden Generale der Armeekors, kurz AKs, um sich versammelt, um mit ihnen die Lage und die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu besprechen. Die Teilnehmer waren Generalleutnant Walter Heitz, General der Infanterie Karl Strecker, General der Panzertruppen Hans-Valentin Hube, General der Adlerie Walterkurt von Seidblitz-Kurzbach und der am 1. Dezember 1942 zum seltenen General der Pioniere beförderte Generalleutnant Erwin Jänecke. Demnach standen im Kessel die 4 Armeekors, ein Panzerkorps der 4. Panzerarmee, sowie zahlreiche Heereseinheiten aus der OKW-Reserve, wie Sturm-Pionierpataillone, schwere Heeresartillerie, Werferregimenter, Baupataillone, Organisationen Todt-Baukolonnen, Feldpostabteilungen, Bodenorganisationen, die 9. Flak-Division der Luftwaffe, Polizeiformationen und weitere 129 selbstständige Einheiten in Stalingrad, wobei der von der 6. Armee gehaltene Raum bis 40 Kilometer entfernt von der Volga von nun an als Festung Stalingrad bezeichnet wurde. So war die Armee mit etwa 230.000 Mann in einem ungefähr 65 Kilometer in Ost-West-Richtung langen und etwa 35 Kilometer in Nord-Süd-Richtung tiefen Kessel eingeschlossen. Im Osten verlief die Front auf den Höhen des Volga-Ufers und inmitten der nur noch zu einem geringen Teil von der Roten Armee gehaltenen Stadt Stalingrad. So gut es ging, hatte sich jeder, wo er gerade war, in den steinhart gefrorenen Boden eingegraben. Erstmals am 21. November hatte Paulus, hier Bildmitte, mit dem General von Seidlitz-Kurzbach rechts von der für ihn zuständigen Heeresgruppe B und der Generalfeldmarschall Maximilian von Weix links die Genehmigung zur Aufgabe der Volga-Stellungen und Rücknahme der 6. Armee beantragt. Als diese Anfrage zum Oberbefehlshaber des Heeres, der in seinem Haus in Berchtesgaden-Walde weitergeleitet worden war, hatte der geantwortet, Funkspruch Nummer 1352 dringend. An Gefecht stand 6. Armee, Führerentscheid. 6. Armee hält trotz Gefahr vorübergehende Einschließung Bahnlinie möglichst lange offen. Über Luftversorgung folgt Befehl. Einen Tag später, am 22. November, nach der Verlegung des Armee-Oberkommandos 6 nach Nitschne-Chirskaya, einem Eisenbahnknotenpunkt am Don, noch außerhalb des Einschließungsringes, hatte jene denkwürdige Lagebesprechung stattgefunden, an der der Oberbefehlshaber General Paulus, sein Generalstabschef Generalmajor Arthur Schmidt, der Oberbefehlshaber der 4. Panzerarmee Generaloberst Hermann Hoth, dem auch die 4. Rumänische Armee unterstand, und der Kommandeur der der 6. Armee zugeteilten 9. Flakdivision, Generalmajor Wolfgang Pickert, teilgenommen hatten. Alle waren sich über den Ernst der Lage des Eingekesseltseins bewusst. Ihnen war aber auch klar, dass die Kampfkraft der 6. Armee nach mehr als zwei Monaten intensiver Stadtkämpfe fast vollständig erschöpft war. Beispiel, beim 51. AK unter Generalleutnant von Seidlitz galten 42% aller Bataillone als ausgekämpft. Und in der gesamten 6. Armee hatten die meisten Infanteriekompanien weniger als 50 Mann, bzw. die meisten Kompanien waren zusammengelegt worden, um überhaupt noch taktische Einheiten befehligen zu können. Nun scheinen ja keine Zweifel darüber zu bestehen, dass ein sofortiges Ausbrechen aus dem Kessel das naheliegendste gewesen wäre, gleichgültig mit oder ohne Genehmigung von oben. Aber dieses in der Literatur immer wieder geforderte sofortige Aufgeben von Stalingrad war und ist einmal mehr geschuldet, dem Wissen um das spätere Schicksal der 6. Armee und nicht der Berücksichtigung der damals vorliegenden Fakten. Denn zunächst hatten ja die jenseits des Dons im blau gezeigten großen Donbogen stehenden starken deutschen Kräfte, die im Rücken bedroht waren, an die Hauptkräfte der Armee über den Don herangezogen werden müssen, was Zeit und Betriebsstoff gefordert hat. Dann hatte der rückwärtige Bereich der Armee, der durch die Einschließung gefährdet war und jetzt vor dem Zugriff der Roten Armee offen lag, gesichert werden müssen. Das sofortige Aufgeben von Stalingrad war zu diesem Zeitpunkt also gar nicht möglich gewesen, genauso wenig wie das Ausbrechen aus dem Stand. Und so hatte es ja auch das Armee-Oberkommando 6 gesehen, hier sein Truppenkennzeichen, und in einem ersten Entschluss festgelegt, sich einzuigeln, die Kräfte von jenseits des Dons heranzuholen und die Armee aus der Luft versorgen zu lassen. Gegen 19 Uhr des 22. November hatte der zu dieser Zeit noch General der Panzertruppen Paulus an die Heeresgruppe B gemeldet. Südfront, ostwärts Don noch offen, Don zugefroren und überschreitbar, Betriebsstoff bald aufgebraucht, Panzer und schwere Waffen dann unbeweglich, Munitionslage gespannt, Verpflegung reicht für sechs Tage, Armee beabsichtigt, verbliebenen Raum von Stalingrad bis beiderseits Don zu halten und hat hierzu alle Maßnahmen eingeleitet. Voraussetzung ist, dass Schließung Südfront gelingt und reichlich Versorgung laufend zugeflogen wird. Erbitte Handlungsfreiheit für den Fall, dass Igelbildung im Süden nicht gelingt. Lage kann dann dazu zwingen, Stalingrad und Nordfront aufzugeben, um mit ganzer Kraft Gegner an Südfront zwischen Don und Wolga zu schlagen und hier Anschluss an vierte rumänische Armee zu gewinnen. Angriff nach Westen wegen starkem Feind und Geländeschwierigkeiten nicht erfolgversprechend, gezeichnet Paulus. Drei Stunden später, gegen 22 Uhr, war am AOK 6 die Antwort Hitlers eingegangen, mit dem Befehl zum Stehenbleiben. Die 6. Armee muss wissen, dass ich alles tue, ihr zu helfen und sie zu entsetzen. Ich werde ihr rechtzeitig meine Befehle geben. Dann war Hitler von Bayern mit dem Zug in Richtung Führerhauptquartier Wolfsschanze nach Ostpreußen aufgebrochen, wobei er sich während der 18-stündigen Bahnfahrt alle zwei Stunden durch den Generalstabschef des Heeres, General der Infanterie Kurt Zeitzler, telefonisch über die Lage zwischen Wolga und Don informieren ließ. Schon jetzt und in Folge hatte Zeitzler mehrfach darum gebeten, einen Rückzug bzw. späteren Ausbruch aus dem Kessel zuzustimmen, was zu starker Verstimmung zwischen ihm und Hitler geführt hatte. Neben den Informationsgesprächen mit Zeitzler hatte Hitler auch mit den ihm begleitenden Generalstabschef der Luftwaffe, Generaloberst Hans Jeschonek, blauer Punkt, konferiert und von ihm erfahren, dass der Reichsmarschall Hermann Göring bereits die Vorbereitung der Luftversorgung der 6. Armee mit 500 Tonnen täglich befohlen habe. Man kann davon ausgehen, dass Hitlers verhängnisvolle Entscheidung, die eingekesselte 6. Armee im Raum Stalingrad über eine Luftbrücke versorgen zu lassen, während dieser Zugfahrt gefallen war. Wieder einen Tag später, am 23. November, hatte Paulus um 21.30 Uhr Dieselfunkspruch an die Heeresgruppe, dann um 23.45 Uhr auch direkt ins Führerhauptquartier Wolfschanze abgesetzt, erneut mit der Bitte um Handlungsfreiheit. Im Oberkommando des Heeres, OKH, und im Stab der Heeresgruppe B unter Generalfeldmarschall von Weix war man zu diesem Zeitpunkt noch fest davon ausgegangen, dass Hitler den wie auch immer gearteten Rückzug der 6. Armee genehmigen würde. Daher hatte auch von Weix seinen Stab am 24. November um 10.45 Uhr angewiesen, unverzüglich den Ausbruchsbefehl für Paulus' Armee auszugeben. Doch bereits über zwei Stunden früher, um 8.38 Uhr, war bei der 6. Armee unter Übergehung der Heeresgruppe B der alles entscheidende Funkspruch aus dem Führerhauptquartier eingegangen, den Paulus selbst entgegengenommen hatte. Führerentscheid, die 6. Armee ist vorübergehend von russischen Kräften eingeschlossen. Ich beabsichtige, die Armee im Raume zusammenzufassen. Die Armee darf überzeugt sein, dass sie alles tun werde, um sie entsprechend zu versorgen und rechtzeitig zu entsetzen. Kenne die tapfe 6. Armee und ihren Oberbefehl, man weiß, dass sie ihre Pflicht tun wird, gezeichnet Adolf Hitler. Mit diesem Funkspruch war die Entscheidung endgültig gegen den Ausbruch der 6. Armee gefallen. Der Stab, Armee Oberkommando 6, hatte sich in sein Schicksal geführt und war mit seinem Oberbefehl St. Paulus an der Spitze zur Armee in den Kessel geflogen. Und das, obwohl die im Funkspruch verwendete Bezeichnung Führerentscheid weder ein Führerbefehl noch eine Führerweisung gewesen ist. Der Gebrauch des Begriffs Führerentscheid beschrieb lediglich die höchste Dringlichkeitsstufe bei der Übermittlung von Nachrichten innerhalb der Kommandostellen der Wehrmacht. Lief also eine mit Führerentscheid gekennzeichnete Nachricht per Funkspruch oder Fernschreiben ein, musste die Übermittlung aller anderen Nachrichten niedrigerer Dringlichkeitsstufen unterbrochen und der Führerentscheid vorrangig übermittelt werden. Mehr war das nicht. Aber was die erhoffte Versorgung durch die Luft betraf, hatten die von der 6. Armee darüber befragten Luftwaffenkommandeure sofort und unisono diese nicht nur als sehr schwierig, sondern was die Versorgung einer gesamten Armee im dicken Winter mit allen notwendigen Gütern betraf, schlechterdings als unmöglich bezeichnet. Hier dazu die sehr deutliche Aussage des Kommandierenden Generals des 8. Fliegerkorps, Martin Fiebig, zu diesem Thema. Allerdings war zunächst ja auch nicht an eine lang andauernde Luftversorgung gedacht worden. Diese sollte nur an einigen Tagen durchgeführt werden, bis die Kräfte jenseits des Dons herangeführt worden waren und man den für den Ausbruch einer motorisierten Armee notwendigen Betriebsstoff und den für eine solche Gefechtsart notwendigen Mehrbedarf an Munition herangeflogen hätte. Aber da selten ein Unglück alleine kommt, hatte der sowjetische Zangenangriff die rückwärtigen Verbände und Vorratslager von der Armee abgeschnitten, während die in der Hauptkampflinie eingesetzten Verbände nur geringe Bestände an Betriebsstoff, Munition und Verpflegung bevorratet hatten. Allerdings hatte man sich bei der 6. Armee zur Entspannung der ja nur für eine zeitlang angenommenen Verschärfung der Versorgungslage die Opferung des Pferdebestandes vorgenommen. Tatsächlich hatte man aber auch in Kauf genommen, dass damit sämtliche auf Pferde angewiesene Verbände, zum Beispiel Artillerie, Tross und Nachschubeinheiten, ihr gesamtes Gerät und Material bei einem Ausbruch verlieren würden. An sich war dieser Plan, so grausam er sich auch für die betroffenen Tiere anhört, in dieser Situation eine richtige Maßnahme. Und sie hätte auch erheblich länger die Versorgung der Armee unterstützen können, wenn man nicht nach den Erfahrungen der gewaltigen Pferdeverluste im Winter 1941-1942 im Oktober 1942 die Rückführung eines Großteils der Pferde der 6. Armee an den Tschir, dem rechten Nebenfluss des Dons, angeordnet hätte. 17.000 Pferde waren von der grün gezeigten Sammelstelle Karpovka, 33 Kilometer westlich von Stalingrad, nach Kalac am Don in Gelb gebracht worden. Nur 12.000 Pferde waren geblieben, das letzte wurde am 15. Januar 1942 im Kessel geschlachtet. Zur Luftwaffe. Sie hatte die Versorgung trotz starker Bedenken mit den verfügbaren Verbänden der Luftflotte 4 unter dem Generalfeldmarschall der Luftwaffe Wolfram von Richthofen unverzüglich begonnen. Hier ist er 1942 zu sehen am Steuer eines Fieseler Storchs. Landeplatz im Kessel wurde der zentral gelegene von starken Flak-Artillerieeinheiten und Jägern gesicherte Flugplatz Pitomnik, 15 Kilometer westlich der Stadt. Einer von sieben Flugplätzen im Kessel von Stalingrad. Hier, damals und heute. Die anderen waren Bolschaia, Rososchka, Stalingradzki, Gumrak, Basagino, Voroponobo und Karpovka. Zu den sieben im Kessel liegenden für die Versorgung benutzten Flugplätzen kamen noch elf weitere, die außerhalb lagen. Swerovo, Salzg, Stalino Nord, Novochakask, Luhansk, Holivka, Makajivka, Kostjanivka, Rostov, Morozovsk und Tatsingskaya. Besonders die beiden letzten sollten noch an Bedeutung gewinnen. Was die Absetzbewegungen der Kräfte von der anderen Donn-Seite betraf, waren diese in etwa zwei bis drei Tagen erfolgreich durchgeführt worden, allerdings unter dem Verlust großer Versorgungsvorräte. Jetzt begann für alle Soldaten, die vieles über ihre Lage mehr ahnten als wussten, das tägliche Hungern. Gab es anfangs noch 200 Gramm Brot, waren es wenige Tage später nur noch 100 Gramm oder weniger. Es gab kaum Konserven, oft gab es nur noch eine dünne Suppe mit einer Handvoll Nudeln oder Reis. Nachdem der Stab des AOK 6 in den Kessel eingetroffen war, hatte es relativ rasch ausgiebige Diskussionen mit dem kommandierenden General des 51. Armeekors von Seidlitz-Kurzbach gegeben. Hier links neben Paulus. Seidlitz-Kurzbach hatte kategorisch den sofortigen Ausbruch der Armee gefordert, unbeschadet des Haltebefehls und ohne Rücksicht auf den zunächst gemeinsam gefassten Entschluss des Einigelns und Haltens des Kessels. Und um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hatte von Seidlitz-Kurzbach am 23. November abends seinen Truppen befohlen, einen Abschnitt im Nordosten des Kessels eigenmächtig zu räumen. Für die Soldaten bedeutete diese eigenmächtige militärisch auch sinnlose Anweisung, dass sie ihr bestens ausgebauten Bunker am Nordriegel verlassen mussten, um sie gegen Schneelöcher in der offenen Steppe einzutauschen. Seidlitz-Handeln war dem AOK 6 erst am 24. November gemeldet worden, womit die Räumung nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte, da Verbände der Roten Armee das unverhoffte Geschenk ausnutzend sofort scharf nachgerückt waren. Nur mit großer Mühe hatte Generaloberst Paulus den eigenwilligen Seidlitz-Kurzbach, der sich in Gefangenschaft vom Paulus zum Saulus gewandelt hatte, davon überzeugen können, dass ein sofortiger Ausbruch der Armee nach Südwesten ohne Unterstützung von außen zum Scheitern verurteilt sei. Auch sei weder der Bestand an Munition oder Betriebsstoff für einen Ausbruchskampf durch die feindlichen Hauptkräfte im völlig deckungslosen Gelände der schneebedeckten Steppe noch nicht einmal annähernd gedeckt, sodass der Ausbruch zur Vernichtung der eingeschlossenen Armee und ihrer Verbündeten führen würde. In den nächsten Wochen war die deutsche Front immer mehr in Richtung der Stadt Stalingrad zurückgedrängt worden. Und bei der Luftversorgung waren die dafür notwendigen grün gezeigten Flugplätze Tatsinskaya und Morozovsk am 24. Dezember in der vom 16. bis zum 30. Dezember 1942 stattgefundenen sowjetischen Operationen kleiner Saturn verloren gegangen. Aber gerade das unbedingte Halten dieser beiden Flugplätze durch das Heer war die Forderung des Generalstabschefs der Luftwaffe Generaloberst Jescheneck gewesen. Da nun damit die Front jetzt täglich immer weiter zurückging, wurden auch die Luftwaffenversorgungsflüge von bisher 100 auf jetzt bis zu 300 bis 400 Kilometer immer länger und schwieriger. Jetzt konnten die Maschinen nicht mehr dreimal täglich einfliegen, sondern nur noch einmal und dies auch nur noch nachts, da die Jagdflugzeuge so weit keinen Jagdschutz fliegen konnten. Die Luftwaffe, die ja durch den Dauerkriegseinsatz bereits geschwächt war, hatte für die Stalingradversorgung alles zusammengezogen, was fliegen konnte, darunter auch Lastensegler, Schulflugzeuge und sechs Privatmaschinen. Aber alle die mussten ja auch erst wintertauglich gemacht werden. Etwas, was sich als immer schwieriger erweisen sollte, da ja auch größtenteils Wartungshallen und Windschutz fehlten. Und wenn die Flugzeuge endlich starten konnten, mussten sie bei gutem Wetter wegen der sich täglich verstärkenden sowjetischen Luftwaffe und Flugabwehr immer ausreichenden Jagdschutz haben. Und bei Nebel, Schnee, Vereisung, dichten Wolkendecken und was sonst noch das Fliegen erschweren konnte, kamen für die opferbereiten Besatzungen noch einmal mehr diese Gefährdungen dazu. All dies hatte sich noch einmal um ein mehrfaches verstärkt während der Nachtflüge. Es hatte Tage gegeben, an denen die Verluste größer waren durch die Witterungsbedingungen als durch feindliche Einwirkungen. Am Ende waren vom 24. November 1942 bis zum 31. Januar 1943 durch feindliche Jäger, Flak oder sonstigen Einfluss 495 Flugzeuge verloren gegangen. Das waren fünf Geschwader oder ein ganzes Fliegerchor. Dazu kamen die rund 1000 Mann der spezialisierten Besatzungen. die während der Luftbrücke Stalingrad gefallen waren. Die Verluste waren so hoch gewesen, dass vier Transporteinheiten der Luftflotte 4 formell aufgelöst werden mussten. Von diesem Adalas Stalingradversorgung, besonders auch beim Ausbildungsstammpersonal, sollte sich die deutsche Luftwaffe nie mehr erholen. Trotzdem hat sie bis zuletzt versucht, die 6. Armee zu versorgen. Neben Pitomnik war ein zweiter Versorgungsschwerpunkt auf dem Flugplatz Gumrak eingerichtet worden, der wie Pitomnik durch die dort stationierten Flak-Artillerie und Jäger erfolgreich verteidigt werden konnte. Bei der eingeflogenen Tonnage darf aber auch nicht übersehen werden, dass die Masse der deutschen Transportmaschinen U52 oder H111 nur eine relativ geringe Zuladung hatten. Die wenigen eingesetzten Fockewulf 200, diese hier wurde im Januar von der Roten Armee auf Pitomnik erobert, hatten bei der Luftbrücke nur eine kleinere Rolle gespielt. Nun wiegt hier zum Beispiel Frischfleisch oder Brot erheblich schwerer als zum Beispiel Kraftnahrung, die allerdings so gut wie nicht vorhanden war und erst aus fast 2000 Kilometer Entfernung aus Deutschland herangebracht werden musste. Daher ist es auch für jeden nachvollziehbar, der sich nicht mit Luftwaffentransportfragen befasst hat, dass es der geschwächten Luftwaffe eigentlich vom Tage 1 an unmöglich war, die von der Armee täglich benötigten Versorgungsgüter von mindestens 500 Tonnen zu transportieren. Immerhin war es aber gelungen, auf den Rückflügen rund 35.000 Verwundete mitzunehmen. Es hat ja nie ein Zweifel darüber bestanden, dass das Schicksal der 6. Armee hauptsächlich von der Luftversorgung abhing. Und hatte man nach dem Krieg den Einsatzwillen und die Todesverachtung der Besatzungen anerkannt, findet man in der Literatur über die Stalingrad-Schlacht, was die Luftwaffenhauptverantwortlichen wie den Luftwaffenchef Göring oder seinen Generalstabschef Jeschernik betrifft, immer wieder Attribute wie leichtfertig, verantwortungslos oder großsprecherisch, da diese zwar die Luftversorgung zugesagt, aber sie nicht eingehalten hätten. Diese Kritik wahrn ist, betrachtet man die Dimension der Stalingrad-Katastrophe für das deutsche Volk verständlich, das zunächst ja auch noch belogen worden war. Unterschlägt dabei aber die Tatsache, dass alle Verantwortlichen für diese im Endeffekt misslungene Luftversorgung vom Befehlshaber der Luftflotte 4 von Richthofen bis zum Generalstabschef an der Spitze im Oberkommando der Luftwaffe Hans Jeschernik sich von der ersten Minute an der Schwierigkeiten und vor allem Dingen auch der Unsicherheit der Versorgung einer Armee im Winter bewusst waren und dies auch Hitler vorgetragen hatten. Aber weder sie wie auch die Vertreter des Heeres hatten sich gegen Hitlers sprunghafte Entscheidungen durchsetzen können. Und fragen Sie sich selbst, was hätte denn die Luftwaffe sonst tun können, als alles auf eine Karte zu setzen? Der 6. Armee mitteilen, dass sie wegen der zahlreichen Imponderabilien sich nicht für die Luftversorgung in der Lage sehen würde und die 6. Armee sich daher etwas anderes einfallen lassen solle? Stattdessen hatte die Luftwaffe versucht, was ihr möglich war, wobei es ja auch anfangs auch nur für einen kurzen Zeitraum sein sollte. Aber eine im Winter eingeschlossene, motorisierte Armee von rund 300.000 Mann, rund 2000 Kilometer von Deutschland entfernt, quasi aus dem Ärmel heraus in einer Luftbrücke zu versorgen, war für die deutsche Luftwaffe nie möglich gewesen, weder am Anfang noch jetzt in der Mitte des Krieges. Zumal ja auch die sowjetischen Streitkräfte nicht in Ruhe abgewartet hatten, wie sich das Schicksal der 6. Armee weiterentwickeln würde. Stattdessen hatten sie ihre Offensiven fortgesetzt und damit außerhalb des Kessels immer mehr deutsche Kräfte gebunden. Als dann am 10. Januar 1943 die sowjetischen Streitkräfte in der Operation Kolso gleich Ring zum entscheidenden Angriff auf den Kessel angetreten waren, wobei der Roten Armee auch die Eroberung der beiden für die versorgungslebenswichtigen gelb gezeigten Flugplätze Pitomnik am 16. Januar und Gumrak am 22. Januar gelungen war, wurde die Armee gegen die Stadt selbst gedrückt, dann aufgespalten, bis am 2. Februar 1943 der letzte Widerstand erloschen war. Hunderttausende waren gefallen und 95.000 in Gefangenschaft geraten, von denen nur ein paar Tausend diese überlebt hatten. Es ist eine hypothetische Frage, ob eine frühere Kapitulation den Soldaten der 6. Armee ein besseres Schicksal beschert hätte. Nach den außergewöhnlich harten und monatelangen, sehr verlustreichen Kämpfen war das sicherlich nicht zu erwarten gewesen, wie es ja auch nach anderen Gefechten im 2. Weltkrieg nicht der Fall gewesen ist. Sucht man jetzt nach den Gründen für die Katastrophe von Stalingrad, stellt sich die Frage, warum die 6. Armee nicht sofort ausgebrochen ist, als die Erkenntnisse einer drohenden Einkesselung vorlagen. Aber es war ja nicht das von oben befohlene Halten von Stalingrad, was den Ausbruch verhindert hat, sondern die Absicht der Armee, zuvor die jenseits des Don stehenden Kräfte heranzuführen. Dazu war der empfindliche Mangel an Betriebsstoff und Munition gekommen, um einen Ausbruch im russischen Winter über freies Feld gegen einen übermächtigen Gegner halbwegs sinnvoll erscheinen zu lassen. Schließlich hatte der Oberbefehlshaber der Wehrmacht der 6. Armee die Luftversorgung sowie den Entsatz von außen mehrfach fest zugesagt, wie auch in einem Funkspruch, der Befehlshaber der Heeresgruppe Don, Generalfeldmarschall Erich von Mannstein. Zitat, wir werden alles tun, um sie herauszuhauen. Als dann vom 12. bis 23. Dezember 1942 mit dem Unternehmen Wintergewitter, dem fehlgeschlagenen Versuch von Mannsteins Heeresgruppe mit ca. 50.000 Mann und 250 Panzern gegen etwa dreifach überlegene sowjetische Kräfte die 6. Armee zu entsetzen, hatte die Rote Armee sowohl den Ausbruch als auch das Näherkommen der Entsatztruppen verhindert. Darüber hinaus wäre es der ausgepowerten 6. Armee auch wegen des Mangels an Munition und Betriebsstoff kaum möglich gewesen, mit ihren durch Hunger, Erfrierungen und Verwundungen bereits sehr geschwächten Verbände durch die tiefgestaffelte sowjetische Front zu brechen. Und das für mehrere Tage in einem deckungslosen, fast ebenen Gefechtsfeld. Folgt man den Aufzeichnungen der damals Verantwortlichen der 6. Armee, waren die realistischerweise davon ausgegangen, dass die Armee auf das Stichwort Donnerschlag vielleicht 12 bis 15 Kilometer aus eigener Kraft nach Südwesten hätte vorstoßen können. Dann aber in der Steppe festgelegen hätte, wären die Entsatztruppen immer noch rund 50 Kilometer entfernt gewesen wären. Denn, wie man hier sieht, näher waren die Verbände von Mannstein nicht an den Kessler rangekommen. Auch hatte es ja, während die Ersatzkräfte sich langsam herankämpften, nie einen klaren Befehl der Heeresgruppe für das Antreten der 6. Armee zum Ausbrechen gegeben, da die Heeresgruppe selbst immer wieder von überlegenen sowjetischen Kräften heftig angegriffen worden und gar nicht mehr in die Richtung von Stalingrad gekommen war. Bei ehrlicher Beurteilung aller dieser Kriterien muss man zum Ergebnis kommen, dass die 6. Armee und der Generalfeldmarschall Paulus aus eigenem Entschluss einen Ausbruch nicht hätte durchführen können, da sie bei zu frühem Antreten gegen einen überlegenen, darüber hinaus auch den Ausbruch erwartet habenden Gegner in ihr Verderben gelaufen wäre. Dass sowohl die Versorgung des Kessels durch die damals überforderte Luftwaffe als auch der Entsatzversuch des Heeres letztendlich gescheitert waren, erklärt sich mit der Übermacht des Gegners in Verbindung mit den anderen angesprochenen Kriterien wie Raum, Zeit und den Wetterbedingungen. Bleibt noch die Frage, ob das Festhalten an Stalingrad durch die 6. Armee eine noch größere Katastrophe im Südabschnitt der Ostfront verhindert hatte. Ich glaube, dass man dies mit Ja beantworten kann. Denn nur das Aushalten der Armee sowie der zähe deutsche Widerstand der schwachen deutschen und verbündeten Truppen außerhalb des Kessels von Stalingrad, im Raum zwischen Don und Rostov, hatte die beiden deutschen Kaukasusarmeen gerettet, die sich in einer Meisterleistung von Führung und Truppe in einem durch Morast, Schlamm und schweren Kämpfen gekennzeichneten Unternehmen bis April 1943 bis zum Kuban-Brückenkopf zurückziehen konnten, wobei sie auch ihre wertvolle Adlerie hatten retten können. Der 6. Armee war dieses Glück nicht beschieden gewesen. Sie ist im Winter 1942-43 an mehreren Faktoren gescheitert. An der ungeheuren Weite des Raumes und den damit zusammenhängenden Fragen des Nachschubs und der Reserven. An der damals auf deutscher Seite nicht seltenen überheblichen Unterschätzung der Angriffskraft und auch dem Patriotismus des sowjetischen Gegners, der es im Herbst 1942 erstaunlich schnell geschafft hatte, die bis dahin riesigen Verluste an Menschen und Material zu ersetzen. Diese immer größer werdende Gefahr für die Ostfront hatte die Abteilung Fremde Heere Ost und der General Gehlen in keiner Weise festgestellt, daher trifft auch sie eine Teilschuld an der Katastrophe von Stalingrad. Alledies ging ausschließlich auf das Konto, das sich am 19. Dezember 1941 selbst zum Oberbefehlshaber des Heeres ernannten Adolf Hitler, hier mit Paulus Bildmittel. Die 6. Armee hatte oft genug vor der Überdehnung und des sich immer mehr verstärkenden Gegners gewarnt. Aber wenn man, wie Hitler es tat, von Rastenburg aus, 2000 Kilometer weit weg von den Geschehnissen, anhand der Lagekarte herführte, sich bis zur Ebene Bataillon einmischte, der Armeeführung wieder besseres Wissen, immer wieder neue Hoffnungen machte und sich darüber hinaus lieber an den Berichten von Ritterkreuzträgern berauschte, statt an der Realität kommt es eben zu einer solchen Katastrophe wie die von Stalingrad, wobei es ja auch bis zur bedingungslosen Kapitulation im Mai 1945 zu weiteren militärischen Katastrophen kommen sollte. Der Chef des Generalstabs der 6. Armee, Generalmajor Arthur Schmidt, rechts mit Generalfeldmarschall Paulus, hatte es 10 Tage vor der hier gezeigten Gefangennahme am 3. Februar 1943 dem ausgeflogenen Pionierführer der Armee, Oberst Herbert Selle, mit auf den Weg gegeben. Sagen Sie es überall, dass die 6. Armee von höchster Stelle verraten und im Stich gelassen worden ist. Der Chef des Generalstabs Menschen, dass der Albert Armee hiete, ganz so an der Janstabs rejoice, berühmert um seinejutte, nichts Bl accepted, einfach gering oder alles similarity ab zu können, wenn Sie auf berühmert über diese Ger gained,